Alle hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel No More Heroes 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute und Damen und Herren, herzlich willkommen zur heutigen Folge. Hallo Gene, lässt du dich streicheln? Oh, ich darf mit der Katze spielen. Ich hab... ich hab ein Kabel getroffen, glaube ich. Los! Hab ich getroffen? Nein. Die Katze hasst mich jetzt schon. Ja, komm! Mein Hund hat gemerkt, dass ich hier mit einer Katze spiele und jetzt nervt er mich. Mann, bin ich gut im Werken. Ich beschleunige hier einfach mal. Mann! Einen Moment, Leute. Ich hab meinen Hund jetzt eben kurz rausgeschmissen, weil er mir fast alle Kabel runtergeschmissen hat. Wie viele Punkte soll ich denn machen? Ich hab ihn jetzt einfach mal daneben geworfen. Ich bin abwärmlich. Achso, ist einfach nur ein Minispiel, was ich spielen kann. Ja komm, dann bleiben wir bei 5. Das ist einfach nur ein Minispiel, was man spielen kann. Aber ist schön. Also jetzt nicht denken, ich wäre gemein zu meinem Hund. Aber... Mit in der Aufnahme einfach in meine Kabel reinzurennen, das ist kein kleiner Hund. Das ist ein Border-Coddy, was ich habe. Und ein Dackel. Der Dackel liegt friedlich auf meinem Bett. Aber wenn der Collie da in meine Kabel reinrennt. Und wirklich von 10 Kabeln 8 runterzieht. Äh, da finde ich ihn nicht lustig. Da schmeiße ich den dann vorübergehend raus. Seht ihr aus? Frust habe ich schon die arme Frau umgefahren. So, erstmal hin. Aua. Äh, wo will mich das Teil überhaupt hinhaben? Da hinten. Bei der Perfect Wood. Da will ich eh nicht hin. Ich will jetzt über die Autobahn in das Neugebiet. Als ob mich so ein kleiner Busch auffällt. Ich kann einen Bus wegrammen, aber das Ding hält mich auf. Äh. Call of Battle müsste es sein. Kann ich da noch nicht hin? Achso, ich kann da noch gar nicht hin. Aber warum wird mir dann da alles angezeigt? Wenn ich da nicht hin kann, dann auch so Perfect Wood. Ich dachte, ich kann zu Call of the Battle. Naja, dann machen wir halt einen Bosskampf. Ist auch nicht weiter schlimm. Wo findet der denn statt? So, Karte. Oh, ist ja gar nicht so weit. Oh, ist ja gar nicht so weit. Einfach reinrennen. Wir haben ein Konzert vor uns. Aber vorher einmal kurz hier Sushi essen. So, was hole ich? Das nehme ich. Das nehme ich. Lecker. So, ich habe gesteigerte Spannung, Angriffskraft und Gesundheit. Ja, Speicher brauche ich nicht. Let's go. Oh, ich mache mich mal kurz. In the sky! Aber ja, ich kann ruhig kurz mitreden. Ein schönes Konzert mit Häschen. Also, die Kostüme gefallen mir jetzt nicht so, aber... Hallo? Du passt aber nicht dazu. Hat mir jetzt der Niesi in den Bosskampf geklaut? Warum werden mir die Bosskämpfe geklaut? Hey! Are you ready? Are you in tip-top condition? Today's special guest is someone very special to me. Travis! Travis Touchdown! I've been waiting for this. All by myself, crying in bed. I've grown tough, I'm not dead. The kids crystallize, the days get rough. You're making me stronger, strong enough. I change my makeup, but look won't laugh. It's time to wake up and wake up and wake up. I'm so long to choke your neck, to correct what's wrong. Welcome to Kimmy Palace. This'll be your grave, I'll cut off your father. Und jetzt macht das Teil nicht aussehen an, ne? Das ist nicht so meine Musikrichtung, ne? Das ist nicht so meine Musikrichtung, ne? You changed my world, girl, with your gaze. Renewed and mysterious, fragrant and delirious. Little girl, lost for days. Swore to grow up and get out of this maze. I swore to get out, to forget all about that power bomb. When you dropped me on my head, making me walking. That power bomb, what you christening. Couldn't hear me before, but now, you're listening. Something to think about, you got a big mouth. Keep it shut, bitch, or get knocked the fuck out. It's really 10 Jahre, bis der zweite, nee, der dritte Teil-Man nicht rauskam. See you in hell, Travis. I'll squash you a dick. Can you remember me from way back then? I'll cut your brain noodle to make the Rob Man, huh? Nice. I'll drop you on your dome. Again and again. This time we fight to the death. Yeah, bitch. Fuckhead. Okay, jetzt gibt's Kampf. Ich hab hier... Warum werden hier zwei Bosskämpfer eigentlich geklaut? Find ich ein bisschen gemein. Könnte auch seine Schwester sein. Aber ich denke eher Batgirl. So wie immer ein sonderbarer Kampf. Ich hätte halt wirklich gern gewusst, was diese beiden Aliens können. Aber ich komm nie dazu. Zack. Zack. So. Äh. Ich hab ein paar Mal zur Hilfe reingenommen. Du kriegst hier jetzt einiges ab, Mädel. Jetzt kann ich dich ein bisschen rumwerfen. Du lebst nicht mehr lang. Warte. Ach, jetzt ist das auf einmal überm Fernseher. Wir sind live mit der vollen Rüstung. Tschüss. Achso, die hat sich wieder verkrochen. Ich darf nicht in der Nähe sein, wo das Feuer hochkommen könnte. Hilfe. Boah. Das auch, Def. Das wird dir ein Albtraum. Habe ich sie erstmal getreten. Tschüss. Habe ich jetzt einen Popstar umgebracht? Aua. Ähm. Ich geh immer noch auf Bett, Girl. Kimi. Ich sehen dich wieder in meinen Träumen. Dies ist gut. Nee, jetzt mal im Ernst. War das jetzt Batgirl oder war das irgendein Charakter, der mir gerade nicht einfällt? Weil es gibt sehr, sehr viele Assassinen in diesem Spiel, also in der Spielereihe. Und darunter sind auch einige Frauen mit blonden Haaren. Ja, das ist immer noch ein Gentleman. Ich gehe gleich im Hotel gucken, ob die da jetzt noch sitzt. Mach mal übrigens für die Sequenz mich weg. Just how much blood it has sucked so far. It is still too early. Stay at the ready though. Wieso werden mir immer die Kids geklaut? Wer klaut mir den nächsten? Mein Bruder? Ich durfte jetzt zwei nicht töten, beziehungsweise nicht mal bekämpfen. Find ich unfair. Ich hätte sogar gesehen, was die konnten. Und dann wurden mir beide weggeschnappt. Deine glückliche Farbe ist grün. Nee. Meine Glücksfarbe ist nicht grün. Definitiv nicht. Ich würde sonst nicht blau tragen. So, ich gehe jetzt gucken, ob sie das war. Ein G. Oh, ich darf mich wieder. Wo ist Damon? Er sagte, er würde heute auf seinen jährlichen Glamping-Trip gehen. Oh, dieser Mann ist so ein Hustl. Was ist mit der Velvet Chairgirl? Sie hat gesagt, er konnte es nicht machen. Er hat sich gesagt, er konnte es nicht machen. Er hat sich gemacht. Ich verstehe. Also, sie konnte es nicht machen, hm? War es wirklich so wichtig? Es ist für ihre jährlichen Jährlichen, also... Okay, ich lasse das hier. Seriously! Women sind die größte Hustl der ganzen Welt! Both Menschen und Aliens sind ein Hustl. Hast du etwas, was du sagen? Nein. Meine Entschuldigung ist für... Hm... Das ist sehr interessant, ne? Wegen einem Nagelstudio-Termin ist ein Alien nicht da. Ich finde die Originale immer schöner als die... Parodien. Das ist... Du willst es wieder sehen? Terraformer? Let's do it! So, jetzt gehe ich gucken. Ich habe Vanishing Point auch nie wirklich bekämpft. Sehr viele WSN. 8000 kann ich investieren. Reicht, um das hier auch zu werten. Aber ich strecke den Sprengangriff. Zack! Nochmal 10.000 und ich habe das Mustang ausweichen, was mir bei Death richtig helfen wird. Die Chips gucke ich mir beim nächsten Part an. Ne, das war nicht Batgirl. Wer war das? Okay. Naja, zumindest wird das damit jetzt geklärt. Batgirl lebt noch. Das war nicht Batgirl. Wer war Kimi nochmal? Also ihr müsst bedenken, Leute, das ist 10 Jahre her. Ich... Ich müsste da echt noch ein bisschen kurz überlegen. Aber ich käme wahrscheinlich irgendwann drauf. Ja, jetzt muss ich auf jeden Fall in ein neues Gebiet. Okay. Okay. Hier ist jetzt auch WSN-Abbau. Die Karte, die wird immer voller. Naja, Leute. Ich würde sagen, wir haben für einen Tag genug geleistet. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, kennt ihr wie immer den Drill. Hier. Ich zeige es euch nochmal. Abo dalassen. Like dalassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.